UNTERTITELUNG Tomogara aus Guze, die Menschen fressen. Und Flame Hazes, die diese jagen. Was soll das nur für eine Welt sein? Und? Was hältst du von ihr? Sie wäre durchaus geeignet. Ihre kämpferischen Fähigkeiten, ihr Wissen und ihr taktisches Verständnis sind ausgezeichnet. Hab dich erwischt? Mit den anderen ist sie nicht zu vergleichen. Sie ist die beste Kandidatin. Alles doch. Kannst du mir vielleicht nochmal die Geschichte erzählen? Von der Jägerin mit den feuerroten Augen und Haaren. Lebe wohl. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in deinem nächsten Leben einen besseren Weg findest. Es gibt keinen besseren... ...als diesen Weg. Ich will die allerbeste Flame Hazes werden! Deine Ausbildung ist beendet. Du bist jetzt soweit. Du hast das Potenzial, zu einer starken Kriegerin zu werden. Ich werde gegen die starke Kriegerin kämpfen. Nun denn, die Zeit ist endlich gekommen. O Ehrenwerter und mächtiger König von Gusen! Flamme des Himmels Alastor! Mit Demut beuge ich mich deinem Willen. Ich überlasse dir meinen Körper als Gefäß und verpflichte mich der Mission der Flame Hazes. Bis zu jenem Tag, an dem ich sterbe. Von nun an bin ich eine Flame Hazes! Ich bin die feuerrote Jägerin! Ich bin die feuerrote Jägerin! Ich bin die feuerrote Jägerin! Ich bin die feuerrote Jägerin!